Guten Abend liebe Leute, Zeit fürs Daily mal wieder. Kurze Laberei, denn ja, gerade gecastet, davor viel Orga-Sachen noch gemacht nebenbei, sowas Ripple-Liga als auch was Lamparty angeht. Das wird auch morgen nochmal so sein und es könnte auch tatsächlich sein, dass der Stream morgen, den ich eigentlich geplant habe. Ich wollte morgen, ja, späten Nachmittag anfangen, bis 19 Uhr machen für FanRack vorbereiten, aber es könnte sogar sein, dass ich mir morgen Nachmittag eine Wohnung angucken kann, da wo ich dann ab Januar arbeite. Das heißt, wenn das so sein sollte, werde ich spontan dann auch eine Runde Auto fahren und dann entsprechend mir die Wohnung ansehen. Dann gibt es vielleicht keinen Stream morgen oder vielleicht Late-Night-Stream oder so, who knows. Ansonsten wird auf jeden Fall ein bisschen Replay-Liga organisiert. Es sind heute noch wieder jede Menge Replays reingekommen. Da kann ich schon mal wieder aktualisieren, wer wann wie casten kann möglicherweise. Wir sprechen gerade auch noch so ein paar Sachen ab, wo die Spieltage schon vollständig sind. Also, sobald es da was Neues gibt, ist es auf jeden Fall im Stream-Plan-Kanal. Und da könnt ihr dann also immer die Augen offen behalten. Und ja, das ist so der aktuelle Stand. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann morgen mal wieder Leddern, weil ich schon langsam mal wieder Bock habe, StarCraft zu spielen. Weil ich muss ja auch ein bisschen spielen. Ich bin ja auch in meiner eigenen Liga dabei. Ich muss ja auch mal ein bisschen die Spiele reinkriegen in die Ledder, damit ich halt auch nicht komplett einroste. Ihr wisst, wie schnell das manchmal geht. Aber gut, wir werden es sehen. Heute aber nicht mehr, denn heute gehe ich jetzt da ins Bett und wünsche euch noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht und kommt gut in den Donnerstag. Haut rein!